...Materialien anzutesten. Ein Rohstoff mit geeigneter Korngröße, der wohl in keinem Haushalt fehlt, ist Zucker. Also den Drucker angeworfen und mal eben getestet, ab welcher Temperatur dieses Material schmilzt. Das ist der Anzeige am Druckerdisplay zufolge ab etwa 170 Grad Celsius der Fall, zu sehen ist, dass die Körner nahezu schlagartig von fest in flüssig übergehen. Die hier zu sehende Videoaufnahme läuft in Realgeschwindigkeit ab. Also rein in den Extruder mit einer Ladung von dem Zeug und das Hotend auf Temperatur bringen. Sobald diese erreicht ist, habe ich den Trittmotor seine Arbeit verrichten lassen, um den Zucker aus der Düse zu pressen. Das sieht allerdings ganz anders aus als beim bislang verwendeten PLA. Anstelle eines Zuckerstranges tritt dieses Material in Tropfenform aus der Düse aus. Ursache ist die deutlich andere chemische Zusammensetzung mit entsprechend anderen physikalischen Eigenschaften. Zucker ist der Oberbegriff für eine ganze Reihe unterschiedlicher süßschmeckender Substanzen, der hier verwendete Haushaltszucker besteht aus Saccharose. Die Extruderschraube habe ich gegen ein Exemplar ohne Spitze ausgetauscht, ich musste mit der Schraube tiefer in die Schmelzzone eintauchen, um den Zucker fördern zu können. Nach dem dritten Anlauf hat's mit dem Drucken dann auch tatsächlich funktioniert. Als Haftvermittler auf dem unbeheizten Druckbett habe ich meinen immer griffbereiten Klebestift verwendet. Die abzuarbeitende Datei ist das kleine Zahnrad auf dem Schrittmotor des Extruders. Die Temperatur des Hotends ist auf 181 Grad Celsius gesetzt. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 10mm pro Sekunde. Wie zu sehen tritt in dem Hotend eine Farbumwandlung ein. Der Zucker tritt leicht bräunlich gefärbt aus der Düse aus. Grund ist die bei Temperaturen oberhalb von etwa 140 Grad Celsius ablaufende Karamellisierungsreaktion. In meinem Videostudio verbreitet sich ein angenehmer Geruch, der hungrig macht. Die Oberfläche des Zahnrades ist nicht so schön glatt wie bei Druckern mit gewöhnlichen Kunststoffen. Grund ist die Oberflächenspannung im Zusammenspiel mit der wesentlich niedrigeren Viskosität des geschmolzenen Zuckers. Die Spitze der Düse ist immer von einem Tropfen flüssigen Zuckers umgeben. Somit ist es schon erstaunlich, dass die nur 3mm kleinen Zähne des Zahnrades deutlich zu erkennen sind. Das Zahnrad ist alles andere als perfekt, aber für einen ersten Versuch zumindest als solches zu erkennen. An der Oberseite ist die Neigung des verflüssigten Zuckers, Tropfen zu bilden, klar zu sehen. Dennoch erkennt man andererseits aber auch die Schichtung des Druckes. Für den nächsten Versuch verwende ich Zuckerlösung als Haftvermittler auf dem Druckbett. Die Braunfärbung im Glas kommt daher, dass ich auch einen Rest des Zahnrades aufgelöst habe. Damit das Wasser in der Lösung schneller verdampft, habe ich die Druckbettheizung auf 80 Grad Celsius gestellt und für den späteren Druck in dieser Einstellung gelassen. Gedruckt wird zunächst eine achteckige Grundplatte mit einem Durchmesser von 100mm. Der Zucker haftet nun deutlich besser auf dem Druckbett. Ich habe wieder mit 10mm pro Sekunde als Druckgeschwindigkeit begonnen. Noch während der ersten Schicht habe ich die Geschwindigkeit auf 30mm pro Sekunde erhöht, was nach wie vor gut funktioniert. Beim Zusammenbau des Extruders hatte ich vergessen, eine Lücke im Innern mit Klebeband abzudichten, daher fallen ständig Zuckerkörner aus dem Vorratsbehälter. Bei 30mm pro Sekunde wird der handgemachte Extruderprototyp halt auch zu einer gut hörbaren Rüttelplatte, die das Rieseln des Zuckers fördert. Die Grundplatte wird mit der höheren Geschwindigkeit aber schön glatt gedruckt, nun sind wirklich die einzelnen strenger angedrucktem Zucker auf der Oberfläche erkennbar. Offensichtlich hat der geschmolzene Zucker keine Zeit mehr, vor dem Erstarren Tropfen zu bilden. Als nächster Schritt kommen 1.8mm dünne Wände auf die 1.75mm dicke Grundplatte. Das entspricht bei einer eingestellten Extrusionsweite von 0.45mm insgesamt 4 Durchgängen pro Lage. Der Zucker wird so klar gedruckt, dass man durch die Wände hindurch sehen kann. Die Wände wachsen in die Höhe, aber irgendwann ist zu erkennen, dass die Oberkante rau wird. Ich habe für diesen Fehler die zu Vibrationen neigende Mechanik in Verdacht, es ist ja deutlich zu hören, wie der Drucker klappert. Nicht viele Lagen später kommt es dann, wie es kommen muss, beim über die raue Kante schrammen bricht ein Stück der dünnen Wand heraus. Fährt der Extruder über das fehlende Stück in der Wand, so ist zu sehen, dass Zucker völlig ungeeignet ist, Lücken zu überbrücken. Das war wegen der zuvor schon angesprochenen Neigung, Tropfen zu formen, auch nicht anders zu erwarten. Also folgt der nächste Versuch mit 10mm pro Sekunde für die Wände, um das übermäßige Vibrieren der Mechanik zu unterbinden. Wird die Bodenplatte ebenfalls mit dieser niedrigen Geschwindigkeit gedruckt, so wird diese genauso schlecht wie bei dem Zahnrad, auch hier bilden sich Zuckertropfen auf der Oberfläche. Mit der verminderten Druckgeschwindigkeit für die Wände ist zu sehen, dass die Karamellisierung stärker hervortritt. Die Wände sind Bernsteinfarben und nicht mehr ganz so durchsichtig. Erneut bildet sich ein Zuckertropfen rund um die Spitze der Düse, die einzelnen Stränge sind auf der Oberkante nicht zu erkennen. Die einzelnen Lagen in den Wänden sind hingegen klar auszumachen. Es gibt leichte Farbschattierungen zwischen den Lagen. Der handgemachte Extruder besitzt sogenannte Deadspots, also verwinkelte Stellen, an denen der Zucker mitunter etwas länger verweilt, bis dieser aus der Düse gespült wird. Längere Karamellisierung führt zu dunklerer Verfärbung des Zuckers. Alles in allem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Die Wände sind recht glatt und nirgends sind Risse innerhalb der Lagen zu erkennen, der Extruder scheint auch den Zucker recht konstant zu fördern. Schön, dass die durchsichtigen Zuckerwände auch einen Blick in die innere Struktur ermöglichen. Mit der Druckgeschwindigkeit von 10mm pro Sekunde scheint es, als ob der Drucker keine Probleme mit dem brüchigen Material hätte, also probieren wir mal 20mm pro Sekunde. Klappt offensichtlich auch. Aber nur für wenige Lagen. Zwar hat der Drucker noch nicht angefangen, rauhe Kanten zu drucken, aber schon kurz nach der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit ist ein Stück aus der Wand herausgebrochen. Das ist geschehen, als sich der Druckkopf auf der gegenüberliegenden Seite befunden hat. Offensichtlich haben sich in den Wänden aufgrund der erhöhten Druckgeschwindigkeit beim Abkühlen des Zuckers allzu hohe Spannungen aufgebaut und zum Herausbrechen geführt. Haushaltszucker ist halt auch in leicht karamellisierter Form immer noch verdammt grüschig. Das hat sich auch an anderer Stelle gezeigt. Als das Druckbett nach dem vorherigen Druck abgekühlt ist, haben sich Risse in der Bodenplatte gebildet. Selbst ein erfolgreicher Druck hätte beim Ausschalten der Druckbettheizung zur Selbstzerstörung geführt. Auch der Versuch, ohne Heizung die Bodenplatte zu drucken, ist gescheitert. Dann bilden sich schon während des Druckens Risse im Material. Reine Saccharose ist also nur bedingt für den 3D-Druck geeignet, aber es gibt in der Zuckerküche noch genügend Rezepte, die zu testen sich lohnen könnte. Ein geschlossener, beheizter Bauraum dürfte von Vorteil sein. Wie immer beim 3D-Druck gilt auch beim Verarbeiten von Zucker, man muss die Materialeigenschaften kennen und beachten, um gute Ergebnisse erzielen zu können. Per hier im Aufbau befindliche Kegel mit einem Öffnungswinkel von 45 Grad und einer Wandstärke von erneut 1.8mm wächst stetig in die Höhe. Der Durchmesser an der Basis beträgt 100mm und die Druckgeschwindigkeit liegt bei 10mm pro Sekunde. Fotos in hoher Auflösung von den Druckbeispielen gibt's wie immer auf meinen Seiten, klickt mal rein. Dort könnt ihr auch sehen, wie der Druck des Kegels ausgegangen ist. Und wer weitere Forschungen rund um meinen Direktgranulatextruder unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken, besten Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angugel und bis bald! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!